Unsere markanten Schiffe der Vision-Klasse werden auf unseren Reisen in die Nation of Why Not am häufigsten eingesetzt. Nach Alaska, Hawaii, Mexiko oder Asien. Mit diesen Schiffen gelangen sie an die interessantesten Orte der Welt. Allerdings wird sie die Zeit an Bord nicht weniger begeistern. Das Zentrum des Schiffes, ein sechsstöckiges, offenes Atrium mit Einkaufsmöglichkeiten und anderen attraktiven Angeboten, wird sie in Staunen versetzen. Genießen Sie den Nachmittag am Pool im Solarium-Bereich, das den Erwachsenen vorbehalten und mit einem Zurückverband Dach ausgestattet ist. Besuchen Sie nach Sonnenuntergang eine Bodeaufführung in unserem spektakulären Haupttheater. Die Kinder werden mit dem Adventure Ocean-Programm und den Attraktionen der Schiffe viel Freude haben, zum Beispiel auf dem Bungee-Trampolin, in verschiedenen Pools, an der Kletterwand oder beim Minigolf. Sie haben die Wahl unter faszinierenden Zielorten und Aktivitäten, die einen Besuch in der Nation of Why Not unvergesslich machen. Die Enchantment of the Seas, die Grandeur of the Seas, die Legend of the Seas, die Rhapsody of the Seas, die Splendor of the Seas und die Vision of the Seas. Auf eines können Sie sich bei allen Schiffen der Vision-Klasse verlassen. Genau in dem Moment, in dem Sie an Bord gehen, beginnt Ihr Urlaub.